So, willkommen in meiner Dreckshöhle, wo ich schon fast ein dutzend Mal übernachtet habe, ohne das Ding weiter auszubauen als über die ersten Nacht. 17, 18, ne ich bin da nicht so fängelig, so, ne, ein Loch, was habe ich denn, um das auszubauen? Ja gut, ich habe keine Ex-Demmung. Was ist das? Crunch. Das scheint ein Lagerraum zu sein, oh ja, ist definitiv ein Lagerraum. Ich hätte, dass man hier nichts glauben kann. Und das war's auch schon wieder, was Holz angeht. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als die Reven zu erkunden. Jo. 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 Fluchtweil. Mein erstes Bett. Hier brauche ich jetzt ein bisschen... Ach Gott, ich habe keine Kohle mitgenommen. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche eine Kiste. Ich habe doch ein paar Sachen, die ich gar nicht so zu brauchen kann. So, dazu gehört das, 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 das. Bei einem Zeppeln nenne ich jetzt mein Notzeppeln. Die Maps brauche ich ihm unterirdisch nicht. Ich habe mich gut verloren. Das Haus, das. So, sehr schön. Mit Milch. Hahaha. Okay, 1000 Cobblestone. Das war 1600 oder sowas. Hallo Klicker. Hallo. Hallo.